Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Hier ist die Tagesbotschaft. Ich bin Irena und wir machen jetzt, naja, Deuten. Meine Lieben, die Energie, das Wichtigste, was jetzt passiert, wenn ich schaue hier, eure Energie, Erfolg. Ihr habt etwas geschafft. Ihr habt vielleicht am Wochenende, vielleicht, aber so wie auch sie, die Karte sagt, das war nicht Erfolg von einem Tag. Du hast viel Energie gesteckt, du hast viel Kraft, Mühe und Zeit gesteckt in dieser Erfolg. Du kannst auf dich wirklich jetzt stolz sein. Genieße den Moment. Ich sehe, manche werden richtig feiern. Du bist jetzt, ich sehe, platzt vor Glück. Und was ich sehe, dass die Karten zeigen, manche von euch können noch feiern. Die andere, so wie aussieht, müde und brauchen Auszeit. Gönne dir diese Zeit. Sammle diese Energie, diese Kraft für nichts, deine Erfolge. Weil nicht hinter den Bergen kommt etwas Neues auf dich zu. Die Karten raten dir auch, sei gnädig mit dir und gerecht. Das heißt, wenn du gearbeitet hast und du hast jetzt Erfolg, lobe dich, genieße die Pause, gönne dir diese Pause und die Zügel ein bisschen locker lassen. Meine Lieben, was sehe ich noch? Dass die, die Single sind, haben Möglichkeit, die Tage, die nächsten Tage, jemanden kennenzulernen. Hört ihr Glocken? Viel Glück, meine Lieben. Mann wird anständig, er wird Grenzen nicht überschreiten. Darum, meine Lieben, viel, viel Glück. Und dann, meine Lieben, viel Glück. Und dann, meine Lieben. Und dann, meine Lieben.